Ich muss mir gleich noch was zu essen machen, Alter. Du hast schon nichts gegessen. Das dauert noch, das dauert nicht so lange, keine Sorge. Nice to meet you. Also ich bin gut gelaunt, Alter. Ich versuch's mit Main. Ich bin gespannt, ob ich 3.000 zusammen bekomme. Das wäre interessant. Ich würd sagen Standard-Taktik unten lang gehen, ne? Unten, oder? Reinhard. Ja, Reinhard. Und Topian. Okay, also hier sind wir erstmal nicht. Ah, ich seh Topian. Ich seh Topian. Ich hab den gegnerischen Soldier, aber er mich auch. Die haben auch einen Soldier. Reinhard kommt jetzt Platz. Okay, der Reinhard ist hinter mir. Also hart hinter mir. Okay, das war so nicht geplant. Aber gibt uns Zeit. Die sind noch zwei, wer ist denn da noch übrig? Daubian. Ja, hey, hey. Die hat er mich erwischt. Also Reinhard ist down. Pfff. 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 Abwegensens geht ein Den nach vorne, ey. Aber die kann ich nicht mehr benutzen. Ach, bestoffen da. Schön da zu rum. Was gedacht, Mann? Jo, na, alles fit? Ich will's doch mal mit Soldier probieren, ey. So klar, wir machen 3 gegen 3. Wir sind richtig hart am verkacken. Wir probieren eine neue Taktik aus. EWG zu gut klappt. Haben gerade was verkackt. Und yo. Yo. Unteren Weg nochmal, oder? Ja. Die haben Genji, die haben Genji. Und ne Widow. Hier ist der Genji. Ich hab ihn. Die Widow ist gefreezed. Widow ist down. Die sind der eliminierten. Der Handkeits. Sieger. Ist ja noch ein Render, ich halte. PUNZ! Stand 1 zu 1. Geht doch! Oh, so. Oh, so. Das kommt mal. Oh Gott. Ehhh... So, sieh auch. AUS! Wir können nicht mal unten lang gehen, ne? Die kennen jetzt die Taktik. Das wisst ihr. Das kann man alle wissen, die ersten zwei Runden machen, so. Also spätestens haben wir das Gebiet und jetzt haben die uns richtig direkt gesehen, Alter. Geh mal da hoch, geh mal da hoch. Ja, dann können wir das nicht mehr so direkt machen. Ja, ich hab sie gesehen. Die gehen da rein. Die gehen wahrscheinlich wieder da rein. Oh mein Gott, das... Eine andere und eine wilde Rundfing. Ja, ja. Ich hab auf jeden Fall gesehen. Ah, Mats ist gesaved. Alter, Rotog ist so in der Laune. Rotog ist down. Wohohohoho. Ah, fuck. Fuck, fuck. Anna hat mich. Ja, Anna hat mich. Okay, sie haben nur noch zwei Sniper. Die werden jetzt richtig hart auf Defense gehen. Hier geht's nicht im Nordfall. Bleiben 30 Sekunden. Und dann müssen wir den Punkt einnehmen. Und das sind fucking Sniper. Aber die haben nicht so die Chancen gegen uns. Fuck, Alter. Ich hab die Anna nur ganz knapp verfehlt. Oh, du ist down. Wir gehen... Wir gehen zum Punkt. 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 Wir sind zwei Leute, Anna. Weißt du? Ich hab eine Sache vor. Wir gehen zum Punkt. Oh, Damp, 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 Damp... Sauber. Jetzt gib mir einenilo... Echt, jetzt. Eine Runde noch gewinnen. Das werdet ihr auch schaffen. Glaub ich da. Oder noch besser, genau. Oh. Uiuiui. Du musst aber auf den Matze auch aufpassen. He he he. Ich bin ja noch vor dem... Und damit meine ich, dass du wirklich auf ihn aufpassen musst, Alter. Na, Reinhardt allein auf dem Boden ist nicht so toll. Hä? Nee, Alter, das kannst du nicht machen. Die verbunkern sich. Also die haben auf jeden Fall wieder einen Roadhog? Ja. Bunkern sie sich? Also Roadhog, äh, ich hab das schon nicht geschafft. Anna war da rein. Die haben Torb... Da hinten sind sie. Die haben Zenyatta, die haben Zenyatta. Zenyatta, Roadhog, Anna. Genau. Harte Kombi. Das liegt nicht klar. Heiler... Erstes Ding ist... Es ist schwierig die da drin zu treffen, so als Pharah. Ich wollte gehockt, ich wollte gehockt... Oh fuck. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. So, ja okay. Supporter hat oberste Priorität. Wer überlebt. Ja. Ich bin da drin. Ja. Ja. Ich bin da drin. Ich bin ja hier eh noch. Ja, ne. Ich bin da drin. Ich hab's zu Eichmisch. Oh Gott. Wir haben die Runde verloren. Ja klar, ich hab mich doch total erwischt heute nicht. Na bitte erklären warum das nicht geklappt hat. Kann ich? Na doch, gut, dann bin ich da. Okay, ähm. Wie machen wir das? Ich tu an der Tür da oben meine Sentries hinhängen. Ich hab gerade leicht geleckt, das war gerade echt toll. Da fangen die Schüsse her. Achtung, sie haben Bestion. Die müssen mich drum kümmern. Na, ich stehe wahrscheinlich genau da, wo ich es bedenke. Ja. Okay, die haben eine Mei, die haben eine Mei. Alter, die Mei hat nicht gekontert. Ich muss mich kurz zurückziehen. Okay, jetzt kann man die Phantom Gestalt wieder annehmen. Er lauft da durch. Widow. Nein, die Mei hat nicht mehr viel, diese Fotze. Ich hab die Widow. Der ist noch übrig. Die Mei. Der ist unten bei Reiter. Die ist unten lang. Na, die ist hier oben auch. Okay. Die wird zum Punkt kommen. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Danke. Lightsaber. Bisher. Victory. Und ich schläge jetzt erstmal eine Lektüre. Und ich komm aus dem Grab. Ich mach ein Muskelspiel. Und ich fang an, mich hier wieder etwas zu mögen. Guts, in your face. Okay, also, ich werde kurz die Gruppe verlassen. Ich komme später wieder zurück, weil ich mache mich das mal anbrochen, ne? Bis nachher, also so, in knapp eine halbe Stunde oder so. Markus, bist du beigetreten? Ja, ja. Sieht man doch. Achso? Ne, ich weiß nicht, was er dabei ist. Mama, total ist Chaos.